Moin Leute, ich bin Robin und komme aus der wunderschönen Hansestadt Hamburg. Ich heiße euch herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal CarJ. Und was euch hier erwartet, ist auf jeden Fall eine ganze Menge rund ums Auto, Autopflege und meinem Lifestyle. Ich habe seit dem 01.06.2019 eine SB-Waschanlage in Hamburg-Harburg übernommen und zeige euch jetzt mal, wie es dort aussieht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Nachdem ich 2017 meinen Instagram-Account eröffnet habe und immer mehr Spaß daran gefunden hatte, Stories zu erstellen, habe ich mich dazu entschieden, auf jeden Fall für euch einen YouTube-Kanal zu eröffnen. Wenn ihr Bock auf weitere Videos habt und da verspreche ich euch, die kommen, dann abonniert den Kanal und lasst ein Like da.